auf wenn der andere das ding in die luft jagt so wusste meiner so so wo ist denn der ja lasst er mich mal durch hier aber so ihr nervt so gut und jetzt helfe ich dir mal ok ich drücke mal den falschen ich habe doch hier was sind denn meine mannequins auf der anderen seite des hankers das überfordert mich gerade ein bisschen ich glaube das ist so ein ding was sich irgendwie nicht ändern lässt ich gehe jetzt einmal hier durch man kann ja auch nicht durchgemacht da oben ist auch etwas meine teamkollegen wissen ich auch nicht wo sie sind sapotieren sie das kraftfeld ich nehme den hier mal ach da ist ja auch noch einer was ist denn was von brummi wäre ich vorhin schon hochgegangen wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen ach die teile aber die programmierung dauert ja wohl ziemlich lange so hallo mcflyer zerwicht sind wir da unten jetzt sind die schon wieder unten als ich jeweils nicht mehr durch hoch runter hoch runter ich weiß gar nicht mal wo die überhaupt sind hoch runter hoch runter ich weiß gar nicht mal wo die überhaupt sind ok dann lasst mir helfen Ähm, wo ist denn das Bedienfeld eigentlich? Hat das keins? Dann wollen wir mal schauen, ha? Ach, Mensch, immer das Gleiche. Ja, Entschuldigung. Hm, was kann ich nur für, wenn der im Wege steht. Ich muss da rüber. Ähm, hat das irgendwas damit zu tun? Beziehungsweise, wie komme ich denn da wieder hoch? Ach du Scheiße, wie komme ich denn da wieder hoch? Jetzt bin ich gerade am überlegen. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Schwerkraft, wa? Okay. So, Set. Wo ist denn der Scheiße? Da ist schon wieder. Gravity. Set. Set. Gravity. Ja, hab ich ja was gemacht, wa? Ähm. Set. Gravity. Okay. Ich muss den nächsten Spielabschnitt, weil ich hab gerade, aber ich hab mir mein Teil versaut. Ähm, mein Ding ist halt mir versaut. Nein, nicht. Es ist das Spiel laden. Auto speichern und los. Okay. Da hinten war ich ja schon gewesen. Ja, leider waren die uns alle. Ich geh mal hoch und so weiter und werd da oben das Ding erstmal auseinander nehmen. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen vorbereitet. Gut, dann machen wir hier. wieder. So. Das sollte jetzt gemacht werden. Okay. Machst du langsam? Ja, was steht denn aus der Scheiße, wa? Gut, weiter geht es ja ins Spiel. Nee. Das ist, nur hier marksman.